Heyo Leute und Willkommen zurück zu Alan Wake Ja ich hab nicht so wirklich mehr WTF Eine Nachricht Ich hab keine Ahnung mehr was so jetzt in den letzten Parts passiert ist Ich muss nur mal wieder ein Part von mir angucken Und dementsprechend werfe ich jetzt wie so ein Bekloppter hier durch und hab von nichts Ahnung Aber ich geh nochmal kurz raus weil ich will kurz horchen ob eventuell der Sound zu leise oder zu laut ist wie auch immer Bis gleich Ok ist alles in Ordnung Springen Und springen Ja ich war im Urlaub Und zwar halt eine Woche in Ungarn Wie ich denke mal schon unsperr formuliert hab in meiner Bekanntmachung Laufschlampe Ich hab keine Ahnung wo sie sind Okay Oh Ich bin schlecht Achja man muss ja öfter mal aufwärts das hier Oh What the fuck Na Woah 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 Wuh Alter ich bin voll Karate Wuh 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 Und Achso der ist schon Das war ne schwere Geburt der Munition insgesamt knapp Leute Leute was soll ich machen Ich hab noch ne andere Na toll Kinder Munition bis gut Das ist natürlich logisch Heute Abend kommt noch ein paar Leute vorbei Aber ich hab euch ja versprochen dass ich direkt nach den Ferien weitermachen werde Und dementsprechend nehme ich jetzt noch auf Okay sind mehrere Wege Und äh Ja wie gesagt heute Abend kommen Leute vorbei Und deswegen werde ich mich ein bisschen beeilen Ich hab heute noch im Kalt drei Stunden geschlafen oder so Ich hab ein bisschen wenig gepennt Die Nacht Also Standard bei mir Warum ist hier nichts Warum geht's nach nichts wenn da nichts ist Warum ist der außer Puste wenn da mal 10 Meter rennen muss Ne 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 Ja in Ungarn war ich und ich meine wenn man 70 Cent für ein halbiter Bier bezahlt in einem Papp dann Es waren sehr schnell voll Und es war einfach nur sehr sehr toll Es war eigentlich nur reiner Saufurlaub Wir haben einen Kumpel besucht Der da ein Auslandsjahr gemacht hat Ähm der arbeitet da in einer Schule Also als Lehrer Ähm und versucht den ungarischen Schülern Deutsch beizubringen So haben wir nun genug vom privaten Gedudel Gedudel Der Weg ist verspät Weiter geht's Ja Oh so Das sieht sehr komisch aus Egal Oh 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 was ist das denn Dates from 1946 Are you of the Oregon Treaty Waaah 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 Ein Oah Oh Yeh Er hat einen Kopf aus Stein mit einer Luft Schicht noch zwischen Das können aber gut so Wir bauen uns diese Prozent Prozent wer wir auch das ist durch das Wurst ich wollte er stück ich mache um ich hab denn diese komischen Kripp Seiten minus Kripp Seiten genau um die M mach ich nicht zu ließ war nur übernächste an oder so ich hab jetzt gerade keine Zeit für beziehungsweise kein Bock mehr zu als durchzulesen wenn ich jetzt so gut sind mich total anscheinend geht sie nicht lang also herr so die Zentren oder oder wie ich hasse sowas vor meiner Leipzig also das ist nicht aber so eine Aufnahme wenn ich nicht weiterkomme sich aus wie der letzte vor spüren Prozent nun es ist für Wanderer geeignet dieser Weg und hier scheint eine Art Gondel zu sein und hier scheint man schnell runter weil zu können weil es rutschig ist Wurzel ja toll dass er so fettet nicht und wenn man das muss nicht raus geht dann zwischen Kupfer Kupfer der Pischofu stehen wo der Gegner kommen Ah, na los, ich hab nicht ewig Zeit, ja, machen du auf, ach so, was war das denn, was war das denn, ich hab von irgendwo Schaden bekommen, Mist, oha, ein was für ein Zufall, das wird mir bestimmt geholfen, oder? Ja, cool. Cool. So was mag ich immer, wenn denn in so einem Spiel auch immer jemand... Natürlich seh ich sie, wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lovers Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, weg, machen Sie schon! Befürchte, fast, dass es gerade so dunkel ist. Nein, oh, da ist ja auch einer. Fick dich! Oh, was ist denn noch hin? Oh, fick dich! Hallo, Sturdy! So, war Schicht von mir gemacht, egal. Ähm, ja, ich will das nicht sagen. So, ist denn sie hier? Ja. Oh, da. Beauty! Ähm, ich soll Mausrack halten und eine Waffe, äh, uuuh? Ja, ja, ich bin doch schon dabei. Das ist ganz lustig. Nur noch einen Moment, ich hab's fast. Okay, es ist offenbar. Jetzt oder nicht. Na los, komm. Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Oh, fühlen Sie sich jetzt besser, Wade. Gemütlich und sicher. Der Stub stimmt jetzt, der. Was ich nicht hoffe. So sieht's aus, Wade. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit. Wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wade. What the fuck? Äh, macht die... äh, was ist... Boah, ich hab grad die Leuchtfackel nicht geworfen. Boah, Zeitgruppe vorher füllen. Boah. Boah... Boah... Uh... Boah... Boah... vorliegen von allen seiten er fällt runter mit den die los zu tun mit dem Ausweis der Obermufti die 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 Oh, okay. Gut. Sie sind ein toller Schreiber, herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches, Unschreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder Sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie an... Ich Idiot, das bin ich wieder mitten im Motor. Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Ja, er soll zurückkommen, droht ihm dabei und dann soll er wieder zurückkommen. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Doch. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Ah, Manuskript. So, bevor ich jetzt aber weitergehe, hier muss es bestimmt irgendwo noch irgendwas. Ist es nicht verdammt nochmal immer so? Sehen Sie, sehen Sie? Eine Pfeile. Eine Pfeile bringt jetzt die Milch zu einem Symbole. Und hier ist eine... Oh, Leuchte wackeln und... Batterien. Kann man immer gebrauchen. So, es ist durch den Wald schaffen. Also, Survival-Modus-Activation. So sind wir ja hier nicht bei Minecraft. Das musst du auch mal wieder weiterspielen, ey. Oh, 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 oh... Ja, Titusmusik. ach man ey ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit zum kratzen, weil ich habe aus Versehen mein Mauspad vergessen äh jetzt klingelt es doch noch ähm und deswegen kratzt die Maus jetzt schrecklich krass doll über so ein komisches Mauspad was das zu Maus dazu war zu G9X aber G9X oder wie auch immer man das sagen soll naja da war gerade inner aber ich muss auch schon aufhören weil der Wecker hat geklingelt und Leute schaltet zum nächsten Part wieder ein da wird's spannend